Kölner in den weißen Waffenröcken schwarzen kreuzen und die Tschechien in Rotgelb. Wie man sieht am Anfang wird das mal taktiert. Und jetzt geht es schon mal los. Ja, das scheppert. Das scheppert. Natürlich bei seinem Knäu sind die Landwaffen besonders wirksam, wenn sie von der zweiten Reihe eingesetzt werden. Und da sind schon die ersten zwei. Nein, die ersten vier eigentlich. Drei gegen drei. Immer noch ausgeglichen. Ein Köpfer ist ohne Helm. Der muss sofort raus. Sicherheit geht vor. Die Kölner müssen jetzt siegen, wenn sie noch... ...diesen Metzen sich entscheiden wollen. So sind die Tschechen, so haben sie sie bedient. Nein, da liegt schon. Das wird jetzt schwer durch die Kölner angehen. Aber die halten sich weiter. Jetzt ist es nur nicht zu Wort. Aber Gegenteil. Und jetzt vier gegen zwei. Jetzt vier gegen zwei ist es natürlich schon eine harte Nummer. Und jetzt zwei. Eine, nur noch übrig, damit wird es abgefüttelt.